Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur da rüber... Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Und jetzt? Zum Turm müssen wir an Ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf! Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um Sie herum. Spenden, hier fangen wir jetzt ins Anliegen. Spenden, hier fangen wir ab jetzt an. Okay, wir haben uns noch einen Moment auf und gehen. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Am Fuß des Turms ist ein Eingang. Also, gehen wir hoch und sehen, was los ist. Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Ja, okay. Hups! Alles klar, runter. Komm, folg mir. Yo. Vorsicht! Wasp! 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 Oh, oh, oh. Nein! Ich hab ihn. Ich seh dich. Ich arbeite dran. Danke, Mann. Danke, Jörg. Was ist in der Abkehr? Ich habe mich schon. Oh, Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Verdammt! Hier hoch, komm schnell! Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Könnte ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Nimm das Teleskop. Mach ich, mach ich. Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Ich find ihn. Ich benutze schon. So, wir müssen also den Polarstern finden. Ich weiß nicht, wenn du das. Ich möchte dich jetzt nicht mehr auf die Wolken. Meine Hила so, ich kann es nicht mal sehen. Oder ich bin ganz sicher. Ich glaube, wir müssen hier unten. Ich bin ganz sicher. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein, am Ende. 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 Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein, am Ende. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Da ist er. Hm, das ist aber sehr gut sichtbar. Ähm, Leute! Ja, eine Sekunde! Etwas zu einfach, oder? Nein! Vorsicht! Runter! Los, lauf! Oh, Mensch! Die spinnen doch nicht! Was ist denn los mit den Typen? Die machen hier alles kaputt! Ja! Ach, nein! Wo kommen wir rüber? Nicht so lange sie auf uns schießen, Mann! Achtung! Mit diesem verdammten Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind! Knapp sich jemand das Gewehr! Achtung! Von diesem verdammten Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind! Wir geben nicht auf! Auf! Ah! 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 Los, wir müssen weg, jetzt! Bereit? Los geht's! Okay! Alles klar! Komm schon! Komm schon, Mate! Auf! Komm schon! Los, los! Ah! Ah! Wo sind sie? Hey! Hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch! Vorsicht! Mist! Hey, Mann! Da! Der Turm! Es ist mit Sally und Chloe! Den geht's gut! Sieh mal, sieh mal! Da ist er! Sehen wir ihn uns an! Nein, das ist keine gute und weg ist er! Toll! Wir müssen leise sein! Wir müssen leise sein! Zusammen bleiben! Findet sie! Wer ist da? Ah! 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 Spin! Ah! Ah! multimedia Pass auf, während ich das Gebiet durchsuche. Hör! Uff! Ahh! Bruce, lighten die Riesert. Wollt ihr Essen? Versuch das Gebiet! Wir sind hier! Huh? Achtung! 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 Oh, shit! Ja! Scheiße! Nein, nein, nein! Nein, nein! Komm, hier lang! Ganz genau! Oh. Das ist ein... Ja. Oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte, 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 warte. Vor tausend Jahren war das kein Lagerraum. Nein, 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 Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine an oben, eine unten. Ja. Sieh mal. Oben. Unten. Es ist dasselbe Thema. Wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrumme auf dem Weg? Hm, es sieht fest so aus. Gibt das Teleskop? Ja, klar. Danke. Was machst du? Hier ist der... Dort, hast du. Ich bin hier. Termin. Was? Ich bin hierher. Uf. Mein Gott. Einen. Hey, da ist das Symbol wieder. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Eine Art Zeichen oder Symbol. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Ja. Ja, da. Ja. Okay. Vielen Dank. 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 9-9-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9. 10-9-9. 10-9. 10-9. 10-9-9. 10-9-9. 10-9.